Anfang der Woche wurde das Café Extrablatt in Fellbad eröffnet. Heute waren Bürgermeister Dirk Lukrafka und Verantwortliche von der Wirtschaftsförderung und dem Stadtmarketing vor Ort, um den Betreiber des Cafés zu begrüßen. Im Innenbereich gibt es rund 160 Plätze, im Außenbereich sind es aktuell 60 weitere. Es kommen aber noch mehr dazu, da die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Täglich gibt es ein vielseitiges Angebot, vom Frühstück bis zum Abendessen. Dazu kommt abends eine Cocktail-Happy Hour. Unter der Woche hat das Café bis 0 Uhr geöffnet, am Wochenende aktuell bis 1 Uhr nachts.